Musik Musik Die IFAD hat einen hervorragenden Start. Das ist einer der ganz entscheidenden Umweltmessen in Europa. Die ehemalige Entsorgungswirtschaft ist eine Recyclingwirtschaft geworden. Sie hat unglaubliche Bedeutung als Rohstoffversorgungsindustrie für die produzierende Industrie. Das wird sich weiterentwickeln und wir sind sehr froh, eines der führenden Unternehmen in dieser Branche zu sein. Was mich besonders freut, dass sich dieses auch hier auf diesem Nässe-Stand widerspiegelt, im neuen Corporate Design. Der Alba Group gehalten, begrüßen wir Sie hier. Und Sie sehen uns hier als die Recycling Group, das heißt das führende Recyclingunternehmen. Musik 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 Musik